Hallo und herzlich willkommen bei SwagTab. Ich war am vergangenen Mittwoch in München bei Microsoft Devices und da konnte ich mir endlich mal die beiden neuen Flaggschiffe das Lumia 950 und das Lumia 950 XL genauer anschauen. Die beiden sind sich wirklich extrem ähnlich sowohl vom Design als auch was die Hardware angeht. Es gibt aber doch ein paar Unterschiede. Fangen wir vielleicht mit dem offensichtlichsten an. Das Lumia 950 XL ist natürlich etwas größer als das normale 950. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass ich mir den Größenunterschied heftiger vorgestellt hätte. Im Alltag bemerkt man den nämlich eigentlich kaum, was wohl vor allem an den etwas dünneren Displayrändern beim Lumia 950 XL liegen dürfte. Beide Smartphones kommen mit einem AMOLED-Display und in beiden Fällen löst das mit QHD also 2560x1440 auf. Das Lumia 950 hat eine Displaydiagonale von 5,2. Beim 950 XL sind es sogar 5,7 Zoll. Die Displays haben wirklich einen ziemlich guten Ersteindruck gemacht. Sie sind gestochen scharf, ziemlich farbecht und auch die Helligkeit machte einen sehr sehr guten ersten Eindruck. Ansonsten kommen beide mit einer 5 Megapixel Frontkamera und wie man es mittlerweile von Windows Phone kennt auch wieder mit Onscreen-Tasten. Unterschiede gibt es aber auch beim Tastenlayout. Beide haben einen dedizierten Auslöser für die Kamera und die wichtigsten Tasten auf der rechten Seite. Gerade beim Lumia 950 XL wirkt das alles aber etwas unkonventionell und auf den ersten Blick auch komisch angeordnet. Nach ein paar Minuten habe ich mich daran aber recht schnell gewöhnt. Beide kommen bereits mit USB Type-C, das finde ich ziemlich lobenswert. Beim Gehäuse sitzt Microsoft in beiden Fällen auf mattes Polycarbonat und zum Start wird es leider auch nur die Farben schwarz und weiß geben. Ich persönlich finde das extrem schade, denn die Lumias standen meiner Meinung nach immer für bunte Farben. Ich will ganz ehrlich sein, die beiden fühlen sich jetzt nicht besonders hochwertig an. Ich vermisse auch etwas den Metallrahmen des Lumia 930, aber sie sind auch keinesfalls billig und liegen dafür eben extrem gut in der Hand. Der größte Vorteil ist, dass man die Rückseiten einfach abnehmen kann. Das Lumia 950 kommt mit einem 3000, das Lumia 950 XL sogar mit einem 3340 mAh starken Akku. Beide sind austauschbar und trotz USB Type-C Quick Charge fähig. Wireless Charging ist ebenfalls integriert. Das klingt alles auf jeden Fall ziemlich vielversprechend. Ansonsten kommen beide mit 32 GB an internem Speicher, der zusätzlich auch noch via MicroSD erweitert werden kann. Und dann wäre da noch die Hauptkamera. Optisch sieht die bei beiden ziemlich unterschiedlich aus. Es ist aber der gleiche 20 Megapixel Sensor mit optischer Bildstabilisierung. Auch wenn die Software und die Hardware noch nicht final waren, die Kamera hat einen richtig guten Ersteindruck gemacht. Im manuellen Modus habt ihr wieder gewohnt viele Einstellmöglichkeiten. Da bin ich echt schon gespannt, wie sich die Kamera dann eben im Test schlagen wird. Auch beim Prozessor gibt es leichte Unterschiede. Das Lumia 950 kommt mit dem Qualcomm Snapdragon 808, also einem Hexacore. Das Lumia 950 XL mit dem altbekannten Qualcomm Snapdragon 810, also einem Octacore. Dazu gibt es bei beiden 3 GB Arbeitsspeicher. Die Performance machte bisher einen sehr, sehr guten ersten Eindruck, aber das kennen wir ja so auch schon von Windows Phone. Wozu ich leider noch nicht viel sagen kann, das ist Windows 10, denn die Software, die auf den beiden lief, die war noch nicht ganz final. Vor allem optisch hat es auf mich aber einen extrem guten ersten Eindruck gemacht. Das Ganze wirkt nun nochmal deutlich erwachsener und durchdachter, würde ich mal sagen. Da freue ich mich auch schon extrem drauf. Beide Smartphones sollen laut Microsoft ab dem 28. November in Deutschland verfügbar sein. Die UVP des Lumia 950 liegt bei 599 Euro und hier wird es sowohl eine Single- als auch eine Dual-SIM-Version geben. Beim Lumia 950 XL liegt die UVP bei stolzen 699 Euro und hier wird es zumindest in Deutschland erstmal nur die Single-SIM-Version geben. Ich werde die beiden natürlich ausführlich testen, sobald ich dann eben ein finales Testgerät bekomme. Der erste Eindruck ist auf jeden Fall schon mal ziemlich gut, aber wie seht ihr das Ganze? Was haltet ihr vom Lumia 950 und 950 XL? Ich bin auf eure Meinungen gespannt. Insofern hoffe ich natürlich, das Video hat euch gefallen. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und in diesem Sinne, ciao, bis zum nächsten Mal.